Das kam aus der Nähe. Leslie ist es bestimmt. Du musst bei mir bleiben. Das geht nicht anders. Fragment 13. Hier geht es auch immer schlechter. Das ist hier was. Hier lässt sich nichts betätigen. Der Kopf der Statue fehlt. Sebastian, hast du schon mal den Drang verspürt, einfach zu springen? Von ganz weit oben. Oder wenn die U-Bahn kommt. Stell dir vor, du spürst diesen Drang eine Minute lang. Dann zwei Minuten. Du hast es jetzt schon dreimal bekämpft, Joseph. Du bekommst das in den Griff. Du hörst nicht zu. Ich habe keine Angst, es zu bekämpfen, Sebastian. Ich habe Angst, es nicht mehr beenden zu wollen. Ein Teil von mir will sich verwandeln. Ich weiß nicht. Und ich kann es auch nicht erklären. Es reicht tiefer. Es ist ein Instinkt. Und er wird stärker. Es ist ein Instinkt. Was passiert jetzt? Der Wächter. Ich blick einfach gar nicht mehr hier. Was passiert hier? Was ist wirklich der Storyfaden? Das ist alles so wir. Das ist alles nur Interpretationssache. Und das passiert dann nicht mal hier im Stream, sondern später im VOD. Sollte es auch Step on Daylight eigentlich können. Kriegen! 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 Ich sollte schnell meine Partner wiederfinden. Oh! Oh! Oh man! Oh! 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 Okay, wer ist das? sieht aus wie ein Papst ein Bischof das scheint er zu sein wir sind nicht alleine woher wissen denn schon wieder dass ich hier bin munizionale 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 achtzeitsfoto scheint locker zu sein als Steinrelief dieses Steinrelief wurde aus einer Steinuhr herausgebrochen wo es scheinbar die Funktion als Schlüssel hatte die Funktion als Schlüssel cool wenn man da auch raus auch andere Sachen bauen könnte Notiz aus Katakomben Hilfe das metallische Stampfen er kommt ich renne weg aber ich folge mir Gott hilf mir Hilfe 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 Trøjpunkt Hilfe Hilfe